Nach der Penisverlängerung in der Praxisklinik am Rosengarten ist eine spezielle Distraktionsbehandlung notwendig. Dafür halten Sie von uns den Phallosan Pforte, der mittels eines Überziehers an der Penisspitze angelegt wird und dann über das integrierte Pumpensystem der Penis mit dem Phallosan Extender über ein Vakuum verbunden wird. Der beigelieferte Gurt wird dann unterhalb des Knies angelegt und mit dem Extender so verbunden, dass der Penis nach unten, also bodenwärts, gezogen wird. Man muss nicht allzu viel ziehen, da die Bänder ja durchtrennt sind, aber ein stetiger Zug hilft dabei, die erreichte Verlängerung zu stabilisieren, bis die Wunde oben geheilt ist. Der Zeitraum sind zwei Monate, sechs Stunden pro Tag oder mehr sind die Empfehlungen, damit das erreichte Ergebnis dann für immer erhalten bleiben kann.